Ja, was kann ich denn bei dir helfen? Rennwagen der Sieger finden, bevor er wegfährt. Natürlich wieder. Wahrscheinlich zerstören. Wow. Das Motorrad hat Power. Sie fährt ja schon weg. Das Auto wird schon weg transportiert oder fährt schon? Ja, das bewegt sich die ganze Zeit. Wird doch nichts? Nein. Hallo? Hallo? Ich hoffe, Sie lernen von diesem. Danke. Fünfhundert. So wenig. Aber jetzt bin ich schon wieder hier an diesem Scheiß-Dock. Dann könnte ich ja wenigstens dieses Rennen machen, was dort angezeigt wird. Das ist wahrscheinlich ein Bootrennen scheint sich mal. Und da ist auch ein Tresur. Ja, ich bin wel. Brauch. Kommt, komm. Was ich jetzt? Ach, das ist doch ein Ohr. Ach, das ist doch das, blabber. Mach. Der Du warst. Ich werde nicht damit in die Vorstellung. Ach, da ist doch Wälder. Das war einfach, weil der andere ins Wasser gefahren ist. Ja, es war da eine Knarre drin. Da war glaube ich eine Knarre drin. Okay, wahrscheinlich mal ein Boot rennen. Mal schauen, wie das wird. Legen Sie mit einem Boot an, indem Sie wieder rücken. Ja, wow! Danke, scheissvoller Idiot. Wenn der andere mich einfach hier wegrandt. Die spielen alle so unfair. Wirklich! Aber da habt ihr gecrashed. Dann habe ich wieder gewonnen. Danke für das Ganze. Danke. 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 das hier könnten wir auch gleich anschauen und glaube ich das auch können wir das kurz erledigen die drei sachen aber die kamera perspektive ist echt geschissen irgendwie das schüttelt die ganze zeit wie keine ahnung was ja muss doch nicht ins wasser springen wei 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 ja 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 wenn ich hatte die aufnahme gehört aber ich habe äh dolby atmos mal gekauft und das hört sich ziemlich alles sehr anders an so für den pc und das hört sich wirklich sehr viel anders an als sonst was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist wieso spawnt ihr einfach hinter mir das ist ja richtig mies sie richtig mies ok Okay, ähm, what the hell? Einerseits alles richtig mies und, äh, andererseits, eben wie gesagt, ist ziemlich gewöhnungsbedürftig, da sich das alles, ähm, viel anders anhört. Als gewöhnlich. Auch wenn es ein Spiel ist, das eigentlich Atmos gar nicht unterstützt, hört sich trotzdem irgendwie anders an. Und ich weiss nicht, ob man das wirklich dann in der Aufnahme hört oder nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall, wenn es sich anders anhört, dann ist es deswegen. Und jetzt sollte mich mal interessieren, wo wir hier hinkommen, wenn wir durch diese Türen gehen. Okay, hier offen sich gar nirgends. Und die andere Tür da drüben. Geht's da lang oder hin? Auch nirgends, okay. Auch nichts hinter der Tür, ne. Gut, das hier hätten wir dann. Ist natürlich gut, dass ich mein anderes Boot hier so geparkt habe, dass man hier... ...kann nicht rauskommt, aber ich glaube, ich nehme auch lieber das hier. Das, glaube ich, schneller ist. Und wie gesagt, dann gehen wir jetzt noch hier hin. Nehmen den hier mit auf dem Weg. Machen das. Und dann hier... ...äh... ...nach draussen. Okay, das ist wohl nur durch den Tag. Am Tag ist wahrscheinlich das Ding bloß dort. Irgendwo soll jetzt hier ein Schrein sein. Was war das denn, bitte? Sehr strange. Zehn von Zehn. Nice. Okay. schüt schüt Da ist ein Tresor! Die Tresore werden eben meistens gar nicht angezeigt. Das ist mies. Sechs von fünfzehn. Das ist ein Tresor. Das ist ein Tresor.